hier leute und herz willkommen zu einer weiteren folge pvz heute spiele ich den chester wissenschaftler und marcus wird ein all-star spielen und zur heutige challenge besteht darin marcus darf nicht dreimal respawnen das heißt ich muss ihn heilen auf fack ich habe noch den falschen war dabei ich habe noch den käse überhaupt dabei das muss ich noch ändern marcus darf nicht dreimal respawnen das heißt ich werde die ganze zeit bei ihm bleiben und versuchen ihn zu decken bist du schon gespawnt ich werde jetzt hat es in dein gesicht hat man kann die taste festhalten der spammt dies in dein gesicht genau ich muss eben dr chester spielen weil da meine reichweite sehr gering ist und ich habe wirklich mich auf marcus konzentrieren muss dass ich quasi nur zur selbstverteidigung dann hier ziehen kann aber irgendwie sehe ich deine leben nicht hast du schon leben verloren ne aber ich schon geht dann hier die supergeilen chester knuckles reinwerfen die richtig geile losen die mits geben jetzt habe ich den verloren ja bleibst du mal hier irgendwo hier ist doch gut hier bitteschön achten da kommt ein schnapper sehr gut wir sollten hier wieder schnell weg wenn gefahr ist ne okay jetzt außen rum nicht darum glaube ich habe das gefährlich eigentlich ist die lobby halb voll eigentlich sollten hier mehr gegner sein achtung schnapper von hinten oder zwei eingeschränkt wird ja das geht aber ich habe ihn weggeklöppelt koppelt auf die distanz kann ich einfach nichts tun das ist halt dass diese ich kann wirklich mit nachkampf aber da mache ich dafür 30 die mensch der stadt aber dieses dauerschnurren geht einem auch irgendwann auf den sack von der sind ja wieder zwei snapper achtung zwei snapper in der hut die vergraben und ich bin gefressen das hat geil warum okay weil ich versuche zu dir zu kommen wie lange hast du noch 80 8 der Kirche wenig ganz ließ nicht nur ich gar nicht probieren der Weg ist nicht so weit ich habe wieder vergessen den energy bob auszurüsten aber egal ihr könnt schon wieder den garten hier geht es nur darum möglichst schnell die gärten zu holen so dass markus gar nicht die chance hat so zu sterben also einer von den drei wiederbelebungen ist jetzt schon weg aber wir haben ja auch gleich schon den zweiten garten also von dem her da hinten ist ein kaktus warum klicken wir auf dem her von der luft hast du auch gesehen mega von ihm bei mir einfach so in der luft rum machst du so da gezeigt wo es lag ja da tp auch vorsichtig ist gefährlich hier ist welchen steht ich auch mal zu mir neben dir links Rio so sind jetzt gibt es ja diese weihnachtssorms oh man was ist hier los der nächste garten ist schon gekämpft auch mal wieder ein kehl geholt markus im auge behalten ist direkt hinter mir gut das ist ne Erbsen und Verkaktus da oben ist noch eine gesetzes Erbsen das ist weg aber es war keine gesetzes eine standard Erbsen ja meine ich der Kaktus ist auch weg gut da vorne ist Markus ich kann dich ja nicht mehr treffen das ist schon zu weit entfernt ich muss wirklich direkt vor dir stehen damit ich die theoretisch treffen könnte überhaupt wirst du oben rum oder unten rum nach oben und oh banditenkaktus du musst zeitlich raus du musst schade da wirst du versammeln Berlin ich fähre ich fähre der Kki Fert heiße. Und so ist er da. Jetzt hat er ja endlich. Ja, kannst du das auch? Ja. What the fuck, er kann es wirklich. Achtung, Achtung direkt vor uns. Ich bin fast tot, ich muss hier setzen. Jo. Wollen wir die hinten am Spawn noch weg snacken? Das sind noch ein paar. Ja. Mhm. Da ist er, ne? Nicer Dicer. Oh, T-Pilz. Oh, T-Pilz. Oh, Eispilz. Mach du Scheiße. Oh, da hinten der Kaktus. Vorsicht. Siehst du den? Da hinten, der steht richtig. Das, ne. Das, ne. Bloß nicht hier verrecken. Achtung, Schnapper hinter dir. Der frisst mich. Hau ab. Der frisst mich. Nein, ich hab's überlebt. Ja, ich hab's gewertet. Ohne. Ohne. Wir müssen weg. Ich bin zu geliefert. Oh, Kino weg. Ich bin schon weg. Mahalo, 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 Mahalo. Kann ich nicht. Aber wenn du hier stirbst, kann ich dich holen. Kannst du? So, komm jetzt hier. Oh, du beschissst mir meinen Weg. Ja, aber ich musste auch weg. Ich hatte auch nur 18 HP. Oh, dann auf meiner Straße. Ja, es gab kein anderer Weg. Bei mir ist Zaun gewesen. Das haben wir schon wiedergecaptured. Unglaublich. Und wir den TP schon wieder. Und wir den TP schon wieder. BD. Achtung. 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 Deine Gugel. Timmig. Lohm ist ein Scheiß. Ja. Kaktus. Ja. Lass das Dach klären. Alte. Klar. Überlebe alles. Vorlage. Achtung. Bei dir ist ne Erbste. Bei dir ist auch alles irgendwie grad eben. Ich hab noch 4 HP kommen zu mir. Jaja. Ihr müsst das Dach klären. Achtung. Da drüben läuft ein Feuerschnappe. Wir müssen da hoch. Ach du Halle. Dein Heal. In Oden jetzt. Das sind welche da? Ja, da hinten. Im Spawn drinnen. Mauer. Ah. Aber diese Käse Minen bringen es echt nur, wenn du in Volltreffer landest. Ah, fuck. Ich bin down. Wo? Bis auf der Treppe da? Mhm. Okay, I take you. I take care of you. Oh, fuck. So lass drei. Hier, ich kann nicht weg. Ich auch nicht. Oh. Ich geh noch ein Stück hin, ich bin auch hier. Oh. Sorry. Ich geh noch ein Stück hin, ich bin auch hier. Und schon. Mach schon. Mach schon mal, du Schlampe. Okay, jetzt geh ich's ihr. Aber eigentlich scheiß auf die Blume hier. Wir müssen Dings planten. Hab sie. So. Ja. Lass dann da unten Hirn gleich, blem mal stehen. Oh, ja. Oh, hier wär eine gewesen. Oh. Ich bin gar nicht. Wayne. Die kommt ja schnell wieder. Ferry Chester. Oh, ja. Boah, ich liebe die Waffe irgendwie. Oh, fuck. Was denn? Nice. Oben rum. Oh, da hinten ist Feuerkaktus. That's uncool. Oh, fuck. Ich bin doch ein Schnapper und so. Das ist noch uncooler. Ich bin tot. Hau ab. Aber ich bin not down. Vielleicht schaffe ich's dich zu holen. Das hast ich für Zweifel. Wie lang habe ich? 13 Sekunden. Teleporter ist da. Jetzt schaffe ich's. Acht. Sieben. Sechs. Vier. Ich komme. Zwei. Eins. Null. Weg. Weg. Nein, ich hab dich. Ne, hallo. Dann wird's nicht angezeigt. Leben gerettet. Oh nein, nein. So, ich spawn jetzt erst. Aber ich hatte dich wiederbelebt. Aber das war kein Respawn. Ich hatte dich wiederbelebt. Das war allein in der Aufnahme. Ich glaub, PVZ, äh... Oh Gott, ab. Ja, ich glaub auch, dass dein... Schon, du, meh. Okay. Jo. Na, so, ich flog mal so. Der, du. Ja, ja. Server Disconnect. Ne. Die Sitzung hat mich ausgekickt. Ja, sag ich das, Server Disconnect. Oh. Lüttchen wieder. Wo ne Scheiße. Oh, wie ich grad abgehe. Multi-Abschluss ein nach'm andern hier. Oh. bist du wieder da ich schon auf jeden fall bist du bisher erst einmal gestorben das finde ich eigentlich schon die geile leistung und ich habe sie vorgeplant hätte es muss dann immer kommen jetzt habe ich das letzte ist die vorgeplanten genau zu sein jetzt ich hab's wirklich noch geplant wird ok leute wir haben es geschafft dass markus in dieser runde nur einmal gestorben ist ich hab's geschafft von dem 14 4 zwei stück selbst zu setzen oder drei nein zwei waren es zwei waren es und um ja ich würde sagen war eine geile runde nachschöne runde auf jeden fall auf jeden fall ziemlich gern abgeräumt 13.000 punkte und damit leute ich sagen sie was das nächste mal bei pvz damit servus und ciao und